Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch, hoch im Norden, flachem Land, ja wir machen weiter mit der Auszahl Topfen auf Feld Nummer 1 und bereiten jetzt die Grasernte vor auf einzelnen Feldern. Wir haben ja aktuell einen Mähweg zu stehen auf Feld Nummer 21, das könnten wir auch schon mähen, das möchte ich eigentlich nur Aussaat machen, ja in einer Frucht, das werden wir jetzt gleich mal beauftragen mit Mähen, auf geht's, einmal ganz kurz beschlossen, das Gras machen wir zuerst weg, Also wir uns vorehrten und dann entsprechend hier wahrscheinlich umflügen. So, das heißt, mal gucken. 21 Ich darf es ein bisschen mehr sein, weil hier oben ist ein Deich und wenn der beim Gras sammeln wendet, kann es sein, dass er sich da oben stört. Und ab pro Gras, wir werden beginnen, Feld rein. Natürlich passen die 8 Meter nicht. Mal ganz kurz ausklappen, ohne schlappen aus. Und hinten auch. Dann macht halt automatisch noch 9 Meter noch was oder 10, die an dem Grund ist. Sollte eigentlich ein bisschen mehr sein, laut der Zeitung soll das nämlich 10 Meter sein. Ich stelle mal 10 Meter ein. Musik, Ton, Verzögerung, das stört mich. So, muss man generieren. Das sieht ganz gut aus. Der Dirk geht da. Würde hier auf. So, dann werden wir mal ganz kurz. Ersten Wegpunkt. Abfall reichern. Dann werden wir hier kurz aussprechen. Dann schnappen wir uns einen Taktor. Einen anderen. Und dann werden wir entsprechend... Ja. Der ist ein bisschen zu groß dafür. Hier haben wir keinen. Da haben wir hier alle. Der LKW ist Quatsch. Tag Schweine. EGH, ne? Hier, hups. Olympia-Teilnehmer ist gesichert, ne? Weitsprung. Und Sprint. Wahrlegen, Disziplin, Hochsprung, Weitsprung. Und, und, und. Dann können wir gleich mal Silage abkippen. Da wird sich ja mitzunehmen, ne? Von vorne mal gleich mal... Lecken geht hier nicht. Schon einer gesagt werden. So. So. Dann werden wir aufladen. Ein, zwei Fuhren. Dann werden wir auch entsprechend, äh... Diesel reinfahren in Euthankau. Und... Sie haben hier gleich entsprechend, äh... Verarbeiten zu Heu. Dann können wir das noch, äh... Flühen. Oder einfach Blanko aussäen, äh... Mit irgendwelchen... Früchten. Einfach Hopfen. Hopfen wird ja garantiert fehlen. Und, äh... Dann wär's ganz gut. Dann werden wir den Weg frei... Fräsen, ne? Dass ich hier gerade ausgefahren bin. Dass ich hier gerade ausgefahren bin. Dann gehen wir auf. Dann gehen wir da runter. Da sind auch. Dann gehen wir... Das war's nicht mein Ding hier. derzeit wurde im prinzip das gras mäht könnten wir in aller ruhe hier muss die lage reinkippen ist hier auch ein kreiser still bei mir? naja technik ist das in zweifel ja das hier aufwechsel fräsen? garantiert beim weg frei fräsen, damit wir durchfahren können geradeaus die spitze weg nehmen, da können wir gleich darüber fahren nicht so quälen ganz sauber aber niemand versöhe eigenklappen klappen haarschnitt naja, so klappen auch nicht, aber fast so klappen die 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 zu Oh. Ja. Mit Schwung. Nee, will nicht. Na gut, dann halt nicht. Die wollten nur so Gras sammeln lassen. Das heißt, den Kurs, den wir gerade gefahren lassen, für Smade, müssen wir gleich kopieren auf diesem Tanktor. Mit dem Darmwagen, das wir dann ansprechen. Abkippen. So. So. Der Länge geht doch nicht, Mensch. Ich vergesse es immer wieder. So, schnell zurück. Und dann Richtung Hof erstmal. Und dann den Darmwagen nehmen und den Hänger einmal rückstellen. Können wir gleich mal Mist nochmal fahren. Und dann geht's auch mal. Und das ist trocken. Das Gras ist trocken. Das ist kein Heu. Das ist ganz wichtig. So. So. Ok. So. 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 Ich bin mir jetzt kein Mist fahren. Dann werden wir immer den Hälberweg machen. Nächstes Mal. Und dann. können wir mehr mit. Also der Ton kommt bezögert, ein bisschen Entschuldigung, ich wollte die Ursache noch rausfinden, ich weiß aktuell nicht. Verlenkung geht da nicht, kann keiner wieder versuchen. Die Kurs werden wir auch gleich speichern. Erstmal suchen. Und das müsste er sein. Genau. Feldmodus. Und dann müssen wir noch einen Kurs einfahren zum Abladen. Haben wir sowas? Lügen, Aussaat. Ja, gut, dann nehmen wir halt mal die Frucht rein. Dann wird's ja halt nix. Und zwar werden wir hier... Mal löschen. Beginnen mal ganz kurz. Mal lenken geht ja nicht, Mensch. Dann fahren wir zur Heuchtrapplung. Natürlich schade, dass wir es genau die Frucht zerstören, aber... ... das... ... wäre kurzfristig nicht anders gegangen. So, schön rechts fahren. Dann werden wir von oben rein fahren. Ja... ... 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 farklg gleich gehen wir da rechts raus. wir werden nicht über den Hof fahren. Eigentliches ist es besser, man hat hier... ... ...страire Eiwe H попelt Cause. Mal gut, aus dem Falle... ... ... ... ... ... ... So, zurück. Etwas ungünstig, gebe ich ehrlich zu. Ne, der ist schlecht. Der ist deswegen schlecht, weil der hier vorne aufhört. Das ist ungünstig. So, neuer Versuch. So. Denn wir hatten uns sehr geärgert, wenn er beim ersten Mal nicht geklappt hätte. Höchstwahrscheinlich wäre es so gewesen, um dann über den Spaß am Mal machen zu müssen. So, für die Straße bleiben. So, Vollgas, Zeitung, Heutankung. Für die Neunde, Wahnsinn. So, wie ihr wisst, da kommen wir nicht raus. Oh, ha, ha, ha. Wohl, wir könnten da schon fahren. Wir müssen dann nur die Straße machen, ne? Brauchen wir nicht kreuzen. Hier in der Prinzip, ne... Die Straße mal, bei Gelegenheit. Können wir aber nächstes Mal hier vorne noch mal aufdraussehen. So, Angekommen. Und speichern. Feld 21. So. Heu. Heu. Verrückt. Speichern. Löschen. Und Kurs ergänzen. Einmal reiht normalerweise. Normal. Normal. Ich hab nicht Doppelschlick gemacht und dann hat sie entsprechend gleich zweimal geladen. So. Die erste Blickpunkt. Feld 21. Feld 21. Dann wird immer fahren, ne? Bringt ja nicht viel Gras hier, weil er ja nicht gedüngt war. aber wir werden es überstehen so lief es mal, das soll sein für heute gewesen sein, bedeutige Folge tschüss und winke winke und tschau tja, es geht weiter morgen zur selben Zeit tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen